Bei der Rente mit 63 soll mal wieder gespart werden. Ökokapitalist Kretschmann will, dass die Deutschen länger arbeiten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich hatte erst kürzlich einen Beitrag zum Thema Geringere Renten in Deutschland als im OECD-Vergleich veröffentlicht. Dort hat ja die linken Politikerin Sarah Wagenknecht einen Volksentscheid über unser Rentenversicherungssystem gefordert, dem ich mich ja letzten Endes auch angeschlossen habe. Sarah Wagenknecht hat in diesem Beitrag, den sie da selbst veröffentlicht hat, auch gesagt, dass die Ursache dafür, dass es in Deutschland mit der Rente immer mehr bergab geht und das wird auch so kommen, meine Damen und Herren, wenn wir hier nicht etwas tun, letzten Endes in der Hand der federführenden Politik in den letzten 20 Jahren waren. Unter anderem auch in der politischen Verantwortung dieser Leute hier, meine Damen und Herren, der sogenannte Öko, also für mich nichts anderes als Ökokapitalisten. Früher waren es ja mal, früher waren die Grünen ja mal eine pazifistische Partei, die gegen Krieg war, aber die haben sich ja jetzt auch entpuppt als Schwerkapitalisten, ja Rheinskultur und diese Leute wollen nunmehr an die Rente mit 63 ran. Ja, der Kretschmann ist ja Ministerpräsident in Baden-Württemberg und hat sozusagen mit seinem Finanzministerkumpel Bayaz hier was bei der Rente mit 63 vor. Und das hört ja letzten Endes auch nicht auf, dieser ganze Irrsinn. Ich mache das mal ein bisschen größer. Herr Kretschmann fordert angesichts der Sparzwänge, die wir jetzt im Bundeshaushalt haben, neue Rentenmodelle für die Republik. Wir brauchen andere Rentenmodelle. Ja, das sage ich auch schon die ganze Zeit, Herr Kretschmann, wenn Sie mein Video hören oder sehen. Vielleicht schickt das ja mal jemand von Ihnen zu Herrn Kretschmann, dass er sieht. Ja, wir brauchen andere Rentenmodelle, aber nicht das, was Sie wollen, sondern wir brauchen eine einheitliche Erwerbstätigenversicherung nach dem Modell Österreich, wo Leute wie Sie, Herr Kretschmann, in die Rentenkasse einzahlen. Ich sage nachher auch noch mal zum Abschluss meines Videos, was zu dieser persönlichen Betroffenheit des Herrn Kretschmann im Hinblick auf die Rente mit 63 und den Sparzwängen. Meine Damen und Herren, Kretschmann sagt auch, wir haben eine höhere Lebenserwartung. Ja, das ist auch, kann sein, aber ich höre, ich sehe da auch andere Berichte, dass die Lebenserwartung aktuell sogar gesunken ist. Ein Großteil derer, die früher in Rente gehen, sind gesund, verdienen gut und sie sind eigentlich leistungsfähig und deshalb soll Deutschland arbeiten. Ja, also Deutschland besteht ja nicht nur aus Dachdeckern, das stimmt, Herr Kretschmann. Deutschland besteht auch aus schwer arbeitenden Krankenschwestern, Pflegern, aus Leuten, die in der Produktion arbeiten, Bäckereien betreiben, Bäckereimitarbeiter und Verkäuferinnen und Verkäufer in Supermärkten, die harte Arbeit leisten jedes Jahr, jeden Tag. Und die, meine Damen und Herren, die können oftmals maximal bis 63, 64 arbeiten und dann ist Schicht im Karton. Also von der Seite her, denke ich mal, ist die persönliche Betroffenheit, Herr Kretschmann, doch eine andere Wahrnehmung, als Sie sie in Ihrem Glass Tower als Ministerpräsident in Stuttgart haben. Das mag sein, dass jedes Jahr die Rente mit 63, also die abschlagsfreie Version der Altersrente für besonders langjährig versicherte dem Staat zweistellige Milliardenbeträge kosten. Das mag alles sein, aber es sind gesetzliche Ansprüche und die gesetzlichen Ansprüche, meine Damen und Herren, laufen, was diese besondere Art des Zugangs zur abschlagsfreien Rente vor dem 65. Lebensjahr betrifft, mit dem Geburtsjahrgang 1964 aus. Das habe ich auch schon so oft gesagt. Und dann haben wir die Rechtslage wieder, wie sie zum 01.01.2012 bestanden hat. Meine Damen und Herren, wir haben natürlich in Deutschland eine Situation, die ein bisschen kurios ist. Auf der einen Seite haben wir eine Altersdemografie, also immer mehr Leute gehen in Rente. Wir haben jetzt schon höhere Rentenantragszahlen im Jahr 2022 als im Jahr 2021. Das wird sich im Jahr 2023 deutlich fortsetzen und einen Fachkräftemangel. Und deshalb sagt Kretschmann jetzt, es sei unrealistisch, dass Gewerkschaften weniger Arbeitszeit fordern. Ja, meine Damen und Herren, für diejenigen persönlich betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aufgrund dieser allgemein von mir gerade erläuterten Situation immer mehr arbeiten müssen, in vergleichbarer Zeit, 40 Stunden in der Woche, weil einfach Arbeitskräfte fehlen, hört sich die ganze Geschichte nämlich völlig anders an. Die sagen ganz einfach, lieber Herr Kretschmann, wir haben die Schnauze voll. Wir wollen einfach nicht mehr länger arbeiten wie bis 64. Unsere Arbeitgeber benehmen sich nicht gut genug. Sie würdigen unsere Arbeit nicht. Sie knallen uns mit Arbeit voll. Denen ist das völlig egal. Und das ist das Grundübel, lieber Herr Kretschmann, was wir in Deutschland haben. Das ist das eigentliche Problem, dass viele Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht gewürdigt werden für ihre Arbeit, sondern es wird immer nur draufgetroschen. Meine Damen und Herren, Kretschmann meint die Rente mit 63 als abschlagsfreie Rente und die soll quasi im Grunde nichts anderes, sagt er, abgeschafft werden. Aber das können sie schlicht und ergreifend vergessen, wenn ihre eigenen Leute im Bundestag, Gott sei Dank sind sie nicht auch noch im Bundestag mit vertreten, sind ja offensichtlich gegen Änderungen im aktuellen Rentensystem. Zumindest ist das die rote Linie, die mit der SPD dann tatsächlich nicht zu machen. Ja, meine Damen und Herren, zu guter allerletzt, ich hatte es angekündigt, was habe ich für ein Problem mit Herrn Kretschmann? Im Grunde genommen persönlich habe ich mit dem Herrn keine Probleme, der Typ berührt mich in keinster Weise, nur er ist halt eben ein Politiker. Und als Politiker, meine Damen und Herren, ist er persönlich von der Kürzung, die er fordert, überhaupt nicht betroffen. Kretschmann bekommt, ich sage es mal, außerordentlich gute Pension gezahlt. Ja, er ist ja schon deutlich über der Pensionsaltersgrenze. Er bekommt sehr, sehr gute Ministerpräsidentenbezüge. Also ihm ist, ihm persönlich berührt doch das, was er da fordert, was er für Millionen fordert, dass die sozusagen auf Rentenansprüche verzichten müssen. Persönlich berührt ihn das in keinster Weise. Deshalb halte ich Ihre Forderung, Herr Kretschmann, für absolut heuchlerisch. Wenn Sie das für Millionen andere durchsetzen wollen, dann fangen Sie doch bitte mal bei sich selbst an zu sparen und organisieren Sie im Bundesland Baden-Württemberg das so, dass für Beamtenpensionen und auch für Politikerpensionen endlich ordnungsgemäße Rücklagen gebildet werden, nämlich aus den Gehältern der aktiven Beamten und Politiker, die nämlich auch nicht schlecht verdienen und hier sozusagen mit ihren Beamtenpensionen, ja, auch da hatte ich einen Beitrag veröffentlicht, im Jahr 2023 mit ihren Beamtenpensionen den deutschen Staat im Jahr 2023 bei 1,4 Millionen Beamten, die pensioniert sind, mit 53,4 Milliarden Euro schwer belasten. Wer zahlt das? Auch Rentnerinnen und Rentner, die Steuern zahlen müssen, auch ich, der Steuern zahlen muss, zahle Ihre Pension mit. Ich hoffe, Ihnen ist klar, dass Sie auf welchem dünnen Eis Sie sich hier politisch bewegen. Kretschmann, ich kann Ihnen nur empfehlen, einfach nur den Mund halten und wirklich Profis ranlassen, die ein bisschen Ahnung von der gesetzlichen Rente haben und dann wird das was. Aber mit solchen Forderungen, Abschaffung von Rente mit 63, wird das im Grunde genommen nichts und sorgt immer nur für Verärgerung und für Verunsicherung in unserem Land. Meine Damen und Herren, ich bleibe dabei, die Rente, die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren sollte keinesfalls abgeschafft werden. Sie ist letzten Endes auch die Möglichkeit nach 45 Jahren, man muss sich das mal vorstellen, Sie müssen 45 Jahre echte Versicherungsjahre haben, de facto Beitragszeiten haben. Das müssen Sie erst mal erreichen, dann den Zugang zu einer abschlagsfreien Rente zu bekommen. Im Übrigen ist dieser Zugang zur abschlagsfreien Rente immer noch niedriger als dann eine nachfolgende Regelaltersrente, wenn Sie normal weiterarbeiten würden. Meine Damen und Herren, ich bleibe dabei, lassen wir bitte das Volk darüber entscheiden, was mit unserer gesetzlichen Rente passiert und nicht solche grünen, neoliberalen Ökokapitalisten, wie wir sie in Person von Kretschmann und anderen leider erleben müssen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Und ichce die Unterricht von Kretschmann vom subscribers Okay, ich nehme deine Rente! Und ich bitte was, wenn du deine Rente erinnêut kannst. Untertitelung des ZDF, 2020